Man kennt's, man möchte einfach nur auf die Farm gehen und spielen, wird zum Farmhaus gebracht, Ladefehler, man geht nochmal auf die Farm, man wird wieder zum Farmbasshaus gebracht und es immer und immer wieder, also wer auch den Bug hat, ich weiß, es ist echt richtig, richtig nervig und mir regt das auch immer wieder auf, dass man immer zu diesem Haus geschickt wird und dann so einen Ladefehler bekommt. Was will man machen?